Ah schon besser Hallo Leute Willkommen zur Folge 2 von Vortecletter und wir spielen mit Zahlen Das ist die Tastatur Nehmen wir mal die 8 Ok 8 Mehr ist es nicht 2 Ok 1 Und die 7 Und was bringt das Spiel Nein Ok Ok Wieder die 7 6 6 I durch Eva tauschen 3 3 3 10 4 4 5 5 5 Und schon wieder die 7 7 3 3 10 2 Und 9 Ok Best Lernspiel 5 Hat das auch irgendeinen Sinn 8 Wow Man lernt die Zahlen Auf Englisch Yay 6 Äh Ich glaub wir sollten mit dem 2. Mal anfangen Warte Äh Okay Läuft doch schon mal Läuft doch schon mal Hä Hä was Achso Wie sollen die jetzt in dem Moment getauscht Fick dich doch Kratz stand da noch die 4 Hä Fick dich 8 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 Wow Ich hab verkackt Ey Ich spiel bester in Englisch 1 1 Prima Ja Jetzt mach mal aber 100% ich schwör Hm Nein Yeah Einmal rüber Und Eingabe Diese Taste drücken wir die ganze Zeit Äh Hallo Äh Was wurde gesagt? 2 Okay 2 2 2 2 2 2 Mein Bruder ist grad hier Und wir haben die 100% Und äh Das war's erstmal für diese Folge Weil kein Bruder hat nen Lachkrampf Und tschüss bis zum nächsten Mal